Hallo Leute und willkommen zurück zu Saints Row 4, wo wir auch direkt mit dem Loyalitätsauftrag für Sean D. weitermachen werden, nachdem die letzte Folge ja nicht so viele sinnvolle Dinge getan haben, außer vielleicht dumme Sachen zu machen, wie zum Beispiel eine Tankstelle in die Luft zu jagen. Komm mal her, ich zeig dir die intelligenteste Taktik aller Zeiten. Du stellst dich vor eine Tankstellen-Säule und tritt dagegen. Warum sollte man so etwas tun? Ich hatte gerade die Waffe aufgeladen, da wurde ich automatisch auf eine Ecke geklickt. Das letzte, was ich will, ist, dass er sich auf die Strecke und nach mir wieder kommt. Hey, hey, chill! Das wird nur einen Moment nehmen. Das ist, warum wir etwas brauchen, um uns zu spüren, um uns zu töten, um diesen Schein zu töten. Es gibt aber auch eine Tat! Wir fahren in, um den Waffen zu machen, um die Strecke und ABS mit irgendwas zu tun. Miréber mich, dass diese Alien-Säule uns einen Führung stehen lassen haben. Sie müssen uns diesen Tag schützen! Oka! Dann können wir die Veränderung erstellen, dann kauf wir DJVC. Zitern, warum wir hier zu sein? Die Veteran-Child ist auf dem da, und Sie helfen sie? Hey, ich bin nur für uns einen Führung. Was ist das? D говоря, Drei! Schaunди, chill! Aber trotzdem, wir können es beide tun. Der Vaterunschild ist nicht zu weit weg. Er hat wahrscheinlich auf dem Knochen geflogen. Lass uns das junge Shandys erst mal machen. Danke! Wenn du mir überhaupt einsteigst, um mich zu alten Shandys zu kenne, werde ich dich schreien. Oh yeah! Wie ein Böder! Was hast du vor? Was? Blöde Schießen? Wow! Was ist das? Wird das? Wird das? Wird das? So, was sind diese Drugs, Shandys? Einige Alien-Kreate-Drug. Sie solltet, um deine Abhängigkeiten zu verbessern. Auf der Seite, dass du dir einen wirklich witzigen Buzzer. Genau! Wie du glaubst, Loha-Dust wird dich klar-voyant und invincible. Ich habe nie den Invincible-Test testet. Sicher, das Paket vom Dealer. Was? Paket? Dealer? Wo? Ach, da hinten. Okay. Lass uns das machen. Das ist interessant. Oh Gott, was ist interessant? Das sieht nicht wie die richtige Sachen. Hm. Ich fühle mich nichts mehr. Verdammt! Dieser Mann verkauft einen Low-Grade-Knock-Off. Oder vielleicht hat er einfach nichts mehr gemacht, wie ich sagte. Hey, ich bin hier der Experte, erinnert mich? Fass mich, das war nicht das, was wir nachdenken. Okay, noch mehr Drogen. Dann gehen wir nach Veteranen. Cool mit mir? Meine Sourcen sagt, dass dieser nächste Mann mit dem richtigen Produkt zu werden. Dann warum haben wir das letzte Mal mit allem? Was ist mit einer und mehr? Ich liebe mich selbst. Du bist viel zu tief. Ich versuche nur, unsere Exe aus unserer Leben für gut zu holen. Ich dachte, dass du das auf jeden Fall aufhören würdest. Ich bin froh, dass du das aufhören würdest. Wir sind auf einmal nur noch zwei Sitzer da. Ja, oder? Wart mal, ich besorge uns was Gescheites. Ist doch egal, wir können noch zwei Autos nehmen, oder? Ich hoffe, dass das sind vier Sitzer. Ich weiß nicht, ob dann alle mitkommen. Ah, ich hab was. Willst du einsteigen? Bist du noch da? Hallo? Ja, ich komm. Ist das vier? Ja. Okay, das passt. Nuk, steck da ein. Bitte. Dankeschön. Los geht's! Dann wollen wir mal. Ich kann keine Waffe... Auf dem Rücksitz kann ich keine Waffe auswählen. Okay. Ich muss schauen, die das alleine regeln. Das schafft sie schon. Na klar. Ja. Coming for you. Die ganze Werbung, die hier um uns über ist. I want you. Nur so ganz unbekannt kommen einem die Werbung, er nimmt auch nicht vor. Ja. Nur so kleinen Anspielungen auf Filme. Noch mehr Wachen töten. Ja, zweiter Dealpunkt. Ja. Ich wollte auch mal die Nahkampfwaffe ausprobieren. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Was hast du denn für eine? Na, den Rektifiker. Achso. Der ist bedingt effektiv. Ja. Der ist... Okay. Okay. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Vor allem, dass die Gegner sich freiwillig umdrehen. Ha! Oh, wie hoch die fliegen! Jupp. Alter, schau mal da oben. Die Pfeile von den Gegnern. Ja. Also, wer schießt den auch auf mich? Wo ist der Lieder? Wo ist der Lieder? Wo ist der Lieder? Wo ist der Lieder? Da unten? Da unten? Hä? Acht? Wacht. Was ist der Lieder? Baden gehen, würde ich sagen. Jetzt sieht das aus, was wir nachher. Get them shit. Hol sie dir. Ja. Ja. Jemand fühlt etwas? Nein. Vielleicht dauert es eine Minute, um in die Fliege zu gehen. Ich wusste, das war ein Bust. Komm schon, du hast jetzt besprochen, du gehst nach einem Veteraner. Ja. Alles klar. Los geht's. Ich verstehe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Das ist so kalt. Was war das denn? Was hat das jetzt passiert? Ich weiß nicht. Ich bin nur... ...mach... 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 ich weiß. Wir könnten Camiamiamiha machen. Ja schön. Wait. Ihr seid doch gut. Ich habe mir nur einfach rausgestellt. Well. Sie ist endlich rausgelegt. Well. Sie haben endlich eine gute Idee gehabt. Ich bin glaube ich schneller als du dir. Es ist gar nicht möglich, dass das möglich ist. Ja? Dann komm, wir schauen, was du da hast. Ja. Aber ich dachte, wir wären nachher... Oh, du bist auf. Es ist keine Möglichkeit, dass du's geht. Dann fass mich! Oh mein Gott! Ich hab... Siehst du das auch? Guck mal zu mir! Was? Guck mal zu mir, siehst du das hier auch? Das ist eine Frau. Das ist eine verpackte Frau. Oh mein Gott! Oh ja! Ist grad alles bisschen abgefuckt. Oh mein Gott! Ich glaube wir müssen den Shawnis hinterher. Die spaßt mit ihren neuen Superkräften grad total ab. Achso, die rasten hier komplett aus. Oh mein Gott! Alter! Das Graphic-Effekt. Man sieht kaum was. Äh! Shawnis! Was ist bei euch verkehrt? Aber, hey, wir haben unbegrenzte Ausdauer. Ja! Cool! Was machen die denn da schon wieder? Wuhu! Yeah! Let me show you how it's done. Hallo, Shawni. Wo wollt ihr eigentlich hin? Ich hoffe, zu Veteran-Child. Achso. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, die spaßten grad alle nur ab. Ja, oder? Sie haben grad richtig Bock. Hey, hey, stopp' los, ihr zwei! Ja, ich spiel zu viel. Ich habe gewonnen. Nein, du hast nicht. Ich war richtig mit dir die ganze Zeit. Shawnis! Ihr wollt jetzt nicht gegen ihn noch kämpfen. Ihr wollt jetzt nicht gegen ihn noch kämpfen. Alter, ihr seid doch behindert. Uff. Das tut mir leid. Ja, erinnere mich nicht, dass du das wieder machst. Wieso sollten wir nicht nach dem Veteran-Children gehen? Oh, guter Junge. Sorry, du bist richtig, Boss. Es ist alles gut. Aber wir gehen. Ich habe total gewonnen. Shhh! 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 Es ist wie wir ein spezieller Gäste haben, versuchen wir unseren Faden zu kreieren. Let's get this party started! Da ist doch schon ein Veteran-Child. Was ich auch beschreiben? Er hat... ... was Kottchen dabei. Das ist, was ich habe. Das ist, was sein Veteran-Children mit den Furies getroffen hat. Seit, wie nie. Warum? Sind Sie schuldig? Schau dich vor dir. Ja, wir sind mit animal-Leute. Ja, ew. Halt, warte. Warte. Du bist so schrecklich? Total Lichtverwert. Das ist nur ein paar Lehr-Studien, Boss. Da ist kein schrecklich-warmen Ass in Sicht. F*** ich. Ah. Ihr Crew setzt dich runter, BC. Nächste Mal, hüriere die eigentliche Gäste. Oh, keine Angst. Die Leute war nur, um dich zu verbrechen. Okay. Was ist die Dicken-Gegner? Ähm. Okay. Natürlich, ja, wieder in 20 Pfarrer-Euro-Euro. Und anscheinend hat er jetzt auch Superkräfte. Und Tientz ist beeindruckt. Ach, wenn du nicht die Verbrechen entlangt hast. Aber ich werde sehen, was ich tun kann. Alter, der Damage. Oder? Zuck mich an! Ach, um zu. 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 Verdammt, ich dachte, ich war gut mit dem Computer, aber das ist beeindruckend. Ich bin dich, weißt du? Das ist richtig! Dann geh ich an! Chinesische Waffe, okay. Chinesische, gar keine so dumme Idee. Ja, als Waffe ist das vor allem. Oh, cool. Give me all your money! Oh. Oh, halt. Oh, mehr. Habe ich nicht noch irgendwie andere Munition? Nein. Äh, wo sind sie denn? Da hinten. Wo haben die Schilder? Oh. Mensch, weicht doch nicht aus. Komm her, Junge! Ah, sie haben einiges an Kraft dazu gewonnen. Ja. Halt ein bisschen was aus jetzt. Wups. Meine andere Waffe. Ist gut. Ups. Ich mach jedes Mal, ich will auch den Blast. Na, komm schon, Veteran Child Nummer, keine Ahnung wie viel. Nummer 80 Millionen. Bist du Smith? Ups, daneben gesp... geworfen. Kann ich die nicht... Greifangriff hier? Das ist... Nö. Alter. Es reicht... ...auf dich... ...zu... ...beschilden. Nein! Was hast du getan? Wetter wie ein Schild. Gut, in den echten. Ähm. Okay. Einfach E drücken? Ja. Anscheinend. Und? Wow! Gut gelöst. Auf jeden Fall. Nun, das... war großartig. Ich hab dir gesagt, wir waren das gleiche. Also, alles ist cool? Ja. Wir sind cool. Total cool. Das war also Schandys Auftrag. Psychosomatis. Geschafft. Somatisch. Somatisch. Solang der deutsche Text. Da haben sie auch ein bisschen komisch, äh... komische Freizeile, komische Zeilen umbruch gemacht. Superbegleiter Shandy. Shandy hat jetzt Superkräfte. Sie ist jetzt eins mit sich selbst und bereit, Sinjek anzugreifen. Genau. So muss das gehen. Und die lebensfrohe Shandy ist nun super lebensfroh. Und wir haben Begleiter. DJ Vetterentscheid. Ach du Scheiße. Unbedingt. Na, wenn ihr wieder ein 100-facher aus... Alter! Ja. Ja, hat... einen immer noch großen... Kopf. Haha. Ich hab grad mal ihren Kopf geploppt. Ja, aber... Die rasten hier doch alle aus. Was ist denn hier los? Ist der ein Spalt in der Nähe oder so? Ich weiß es nicht. Flieg. Und Sieg. Da gibt überall noch Geld rum. Oh mein Gott. Alter, irgendwas... Irgendwas Stranges gibt. Oh, ein Dings. Ungekehrt. Den schnappen wir uns auch gleich mal, wo wir schon mal hier sind. Auf jeden Fall. Geld und so kann man ja immer gebrauchen. Ja. Lass mich zufrieden. Manchmal will er den Nahkampfangriff nicht wirklich machen mit F. Also Rennen und F. Ey, wenn du sie vorher umrennst, dann tut mir das nicht. Man muss das auch richtig timen. Ja. Alter, man schließt ein Portal und das Next poppt out. Oder? Das ist richtig nervig manchmal. Aber der Ungekehr hat eigentlich auch Geschichte. Dann schau ich mal, dass ich den kleinen goldenen Zid erwische. Okay. Wo sieht man die? Sieht man die auf der Karte, oder? Das sind diese goldenen Pokebälle. Oh. Ach, da ist so ein... Okay. Ich seh schon. I see what you did there. Hast du ihn? Ja. Fein, 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 fein. Dann schau ich mal auf unsere Auftragskiste. Und die sagt... Nicht wie lange wir schon aufnehmen, das musst du mir sagen. Ähm... Wir können jetzt einen kleinen Cut machen. Das klingt doch gut. Dann bis in die nächste Folge, Leute. Macht's gut. Das ist so gut. Verantwortри und Fahrzeugauf visten sie nur so auf jeden Fall auf und die Soldaden eingelernen.